So, da sind wir schon bei der nächsten, beziehungsweise schon letzten epischen Aufgabe, die wir vom Rick Sanchez bekommen, nämlich kaufe einen Schildtrank bei einem Heilautomaten. Wo ihr diese findet, seht ihr ja hier auf der Map. Ich bin jetzt hier mal gerade rechts auf der Seite vor Dirty Dogs. So sehen diese Automaten aus. Dann einfach hingehen, entweder holt man sich Verbände oder einen Schildtrank. Warte mal, was kann man da? Das wird mich aber schon interessieren. Aber werden wir das nächste Mal gucken. Einfach hingehen, zack, Schildtrank kaufen, zack, 30.000 XP, ganz easy. Dann habe ich noch 12.000 XP bekommen. Ah, fünf epische Aufträge abgeschlossen. Auch nice, nehmen wir natürlich gerne mit. Und wie gesagt, ihr müsst einfach nur zu diesem Automaten hingehen, einmal euch was kaufen und dann ist die Aufgabe noch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen auf das Video, gerne ein Abo da lassen, falls du noch kein Abonnent bist und keine Aufgaben mehr verpassen willst. Und in dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke für den ganzen Support. Die Aufgaben neigen sich langsam dem Ende. Und aus dem Grund würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.